Yo, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Runde, da kommt das B-B-B-Team. Ja, wieder mit den grandionsten Leuten, wir fangen schon mal mit den kleinsten an. Das ist Trison, danach kommt Steezy Flakes und der Kaden, etwas größer, auch etwas älter. Muss ich darüber betonen. Ein bisschen. Ja, ein bisschen älter. Ein bisschen älter. Also saualt eigentlich, aber egal. Dann natürlich der Spielpirat. Dann der Spielpirat, der ist schon wieder so alt, der könnte jung sein. Nein, einfach nein. Ach, klappe die zweite. Wir haben heute wieder ein bisschen Motivation eingepackt, nachdem die hier so ein bisschen fast eingeschlafen wären und so. Heute. Ja. Ich sage nicht. Wir haben heute mehr Motivation eingepackt. Als gestern, Leute. Haben wir? Haben wir. Haben wir. Wo bin ich jetzt im Wasser gelandet, Alter? Spinnst du? Du bist eine Badenichse. Ich bin eine Badenichse. Ich bin eine Bienen. Meine Wunderschöne. Alter, können wir hier mal irgendwie einen Treecapitator-Mod reinhauen oder so? Was möchtest du? Was ist ein Fossil? Ein, äh, warte. Ich komme hoch, äh, ich. Und was sind das für die Schlamm? Einen Treecapitator-Mod. Ja, ich weiß nicht, wie der heißt. Ja, so hört es sich auch an. Entschuldige. Ein Treecapitator-Mod. Was? So hieß der doch. Ja, ja, hieß Treecapitator-Mod. Doch, besser. Treecapitator? Ich mach dir gleich was. Ja, ich mach dir was. Das hört sich falsch an. Aber, ja. Ja, unten bin ich so. Alter, dafür hab ich schon Tryzone. Alter, richtig grünes, giftiges Wasser. Ja, da bin ich. Ich bin vorhin das Violett rein. So wie der Pirat es am liebsten mag. So wie ich es am liebsten mag. Grün und giftig. Ins grüne Wasser springen. Wo ist denn hier die Hexe? Hexe! Wo bist du? Mann. Ich hab keine Hexe von. I can't... Soll ich da mal reinspringen und mal gucken, was passiert? Nix passiert. Ist das grüne Wasser? Ja, ist einfach nur grün. Grünes Wasser. Aber es sieht richtig geil aus. Es ist wirklich richtig Hammer aus. Mit dem schwarzen Diret Dirt. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Der tote Dreck. Der tote Dreck. Oh, da hinten ist ein Wald. Oh, da hinten ist ein Wald. Das sagt mir doch eins. Hin. Achso. Äh, wir haben doch ein bisschen Reisen, oder? Es ist ein bisschen Treiberand klappt. Warum ist diese Scheiß-Kirsch bei mir immer so groß sein? Warum sagst du immer Scheiß? Warum sagst du Bäume? Weil Baum. Genau, ne? Also wirklich. Und abgesehen davon, hat jemand schon mal von euch Trison gesagt? Ja, du vorher. Bei der Ansage. Mist. Tja, ich bin hier schon richtig beliebt, aber ich bin hier richtig. Sto-Ton. Ja. Oh, ne, das ist Öl, oder? Was ist das für... Ist doch kein Stone, oder? Vergift ich mich? Autsch. Vergiftet. Fuck. Boah, heavy. Boah, ist mir schlecht. Boah, boah, boah. Leute. Was geht mit dir? Boah. Garne macht den Drogen. Ich bin wieder irgendwo reingesprungen, wo ich Drogen-ähnliche Zustände bekomme. Boah. Seh ich an der Violette. Wenn Kinder mal irgendwo reingespringen. Ne, in Schwarz. Ich bin ins kleine Schwarze gesprungen. Das kla... Ne, ja. Okay. Wow. Wow, der geht aber ganz schön weit runter. So. Ich bin ins kleine... Moment, das klingt einfach so derb, oft doppeldeutig. Boah. Ne. Ins kleine Schwarze. Das wird einfach nicht besser. Vor allem sind die Scheren so verflixt langsam. So war sie nicht. Verflixt? Ja. Also, das könnte ich schon ein bisschen mit der Hand abbauen. Ja, das hat sich eine Henkse überflixt. Ist das ein geiler Wald? Ist das ein geiler Wald? Das ist so ein geiler Wald. Boah. Vielleicht krieg ich gleich Zustände. Boah, das ist ein geiler Wald. Kann man hier irgendwie Bäume komplett abbauen, oder... Ja, ich bin gerade dabei. Hat er doch schon mehrmals gesagt. Aber wenn du jetzt noch weiter näherst, ist es echt wie so ein kleines Kind. Wir müssen da! Fünf Minuten auf der Stadtoberbahn. Wir müssen da! Ja, das ist auch mehr. Ja, ist die ganze Zeit dabei, diese scheiß Blut rauszupappen, ja? Was so Killies hinterlassen haben. Wir werden nochmal die Idee, hier auf den Berg zu bauen, Alter. Ich auch nicht. Das ist so behindert, aber ich muss die jedes Mal hoch. Ich habe so keine Lust mehr auf das. Ohne, du kannst doch porten. Bist du mit deinem Map? Spinne? Ja. Lustig bist du, ja. Du lustig. Ich bin Knochen. Ah, naja, wenn du zu blöd bist zum porten, mal ganz ehrlich. Guck dir YouTube-Tutorials an. Ähm, es kommt die scheiß Sonne? Es kommt die scheiß Sonne? Dann frag doch einfach mal den lieben Abonnenten, was die davon halten, dass da die Sonne kommt. Wird dir so viel kommentieren? Nee, da hast du auch keine Fragen gestellt bis jetzt. Doch, letztes Mal schon, wegen dieser Map. Du gehst doch fast unter. Hast du die Folge überhaupt schon hochgeladen? Ja. Ehrlich? Ich habe genauso viele Folgen wie ihr. Echt? Ich habe noch gar nichts hochgeladen, habe so viele Aufrufe gekriegt. Einfach mal direkt nicht hochgeladen. Leute, ihr müsst wissen, wir sind ja auch schon bei Folge 303 ein. Ja, eigentlich, ja. Sie nehmen zwei Wochen im Voraus auf. Richtig. Zwei Wochen im Voraus. Lohnen zwei. Ja, es kommt nicht hin. Ich wollte eigentlich drei machen, aber. Das Haus ist schön. Das hätte ich niemals hingekriegt. Was hättest du dich hier nicht gekriegt? Tatsache. Das Haus. Das Haus ist schön. Ich habe noch nie ein schönes. Das ist doch LPT, oder? Unser LPT-Haus war damals gut gewesen, oder? Das war irgendwie ein Block auf dem Berg. Aber es war gut. Es war neu. Und was neu ist, muss gut sein, oder? Neu ist immer besser. Immer. Ich bin neu auf YouTube, ich bin gut. Naja, gut. Neu ist nicht immer besser. Da könnte man sich jetzt... Ausnahm bestätigen, die Regel. Richtig. Also. Ihr seid schon ein bisschen fies. Ja, ein bisschen. Ihr vor allem. Man, ihr schreibt schon G in den Chat. Du nicht. Ne, ich nicht. Ich bin... Kannst gar nicht fies sein. Nicht fies genug bei ihm. Aber bei Niklas... Überleg mal, wie ich bei Niklas immer drauf bin. Ja, ne? Sieh nicht primitiv. Langsam reicht es dir mit mir und du wechselst auf andere. Bin ich nicht mehr gut genug. Du hast gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Du bist echt so eine... Ne, wie eine Verschwendung für meine Zeit. Ja. Also es klingt wenigstens nur abwerten, obwohl es positiv gemeint ist. Das ist halt gut, wenn ihr gekriegt. Nein, krass. Was ist denn das für ein hässliches Dorf hier? Vollkommen überflugend. Ich komme hier nicht hoch. Da! Drinnen. Zack. Drei Fische. Der wachst viel zu schnell nahe. Ich kann mir näher rund um die Uhr abfahren. Ach, bist du gerade bei den Bärenfeldern? Spektrum, sag ich es nur. Was ist denn Spektrum? Was? You are not skilled to the art? You are not skilled to the art? Wie platziere ich dir bitte? Why do you waste my time? Wie platziere ich diesen Bärenbusch? Das ist wirklich verarschend. Do you not interested me? What? Katja. Wie platziere ich dich denn hier? Was ist denn gefordert? Warum kann ich mit dem nicht reden, mit dem Penner? Gerad bekommt nur Abfuhr. Wirklich? You are not skilled in the art? Ja, es muss dunkel genug sein dafür. Why do you waste my time? Lass mal, komm mal hier. Hier im Netz. Alter, die Fresse. Ich hau dich gleich. Was bist du denn für eine dämliche Schnäpfel? Oh, wir hatten wir mal ausgebaut. Also, Cola gefaunt. Was hab ich nicht möglich wäre, mitzureden. Das ist ja für ein Haus. Man hat ja alles kaputt hier. Ich töte euer ganzen Brunst. Würde ich nicht machen in deiner Steuer irgendwie. Ich glaube, die haben auch sowas wie Wachen. Das sind doch normale Dörfer hier. Ich stelle es mal da hin. Vorsichtig. Ich muss kurz drüber. Meinst du, normale Dörfer haben normale Wachen? Ähm, soweit ich weiß, ja. Oh, werde ich gucken. Jetzt hast du mich natürlich so ein bisschen neugierig gemacht. Waffen. Zu den Waffen. Wo seid ihr? Hahaha. Ich will ein Villager sein. Ich will ein Villager sein. Ohne Scheiß, wir brauchen mehr Kisten. Ohne Scheiß, ich geteckte das Spiel nicht. Ich musste mal hier ein paar Sachen angucken. Gibt's nicht alles. Du brauchst... Oh, ich hab sie alle getötet. Oh Gott, ich kann das ja nicht mal aus Eis machen, weil wir keine Lava haben. Ich bin ein Massenmörder. YOLO. Was? Why do you waste my time? Ach, das ist dieses Thermal, die... Scarlet, was? Ich hab' ich gebrannt. Warum lachst du, blöde Hexe? Stirb. Äh. Du nicht. Stirb. Da steht im Chat, dass du den getötet hast. Ja, ja. Das war der Big Boss. Pirat, ich glaub, du hast dich grad mit nem Dorf angelegt. Ich komm, die helfen, Pirat. Nö, die sterben alle. Jetzt siehst du's so. Piratlos Amok. Geflüchten. Ich will das ganze Dorf jetzt hier ausrotten. Wo seid ihr? Da, noch einer. Stirb. Hahaha. Dorf ausgerottet, fast. Nix da. Leute nicht zu Hause nachmachen, ihr braucht eure Dörfer noch. So. Oh, ja. Ich wusste. Sorry. Einmal eine Toolstation. Okay. In Berlin wird's sowieso ein bisschen schwieriger werden. Wieso? Na, versuch mal so viele Leute. Alter, wie die schreien. Dich würd ich vorziehen. Vorziehen? Ja. Boah, ich dachte, die verfolgt mich grad so ne Säule. Aber der Beste sind so ein Villager mit ner Säule aufm Kopf. Ja, was? Brennt der jetzt ne Säule rum? Wambalam! Ich hab Kartoffeln und so nen Scheiß. Wambalam. Dürftiger getötet von den Dorfbewohnern. Das ist nämlich mein Volk. Das ist dein Volk? Ja. Die leiden wir dann aus den Zwergen. Die nennen sich die Bumblums. Tja, tschüss Tristan. War schön mit dir gewesen. Hier ist noch ein Dorfbewohner. Dich gibst nicht mehr. Bist du bei mir oder was? Dann töte ihn. Hier sind ganz viele Dorfbewohner. Töte sie. Los jetzt. Heute müssen wir mal richtig hier. Heute müssen wir sauber machen. Alter, wie das klingt. In welchem Dorf bist du denn? Sind wir im gleichen Dorf? Keine Ahnung, machen wir zwei Dörferplatz. Heute müssen wir sauber machen. Ich kenne Länder, da machen sie sowas sowieso regelmäßig. Also ich kenne sie nicht persönlich, nur im Fernsehen. Ich habe Hut freigeschaltet. Was hast du freigeschaltet? Ein Hut. Hut, achievement get. Hut. Du hast ein Hut freigeschaltet? Ja, ein Hut. Hut ab. Ist ja... Chapeau. So flach. Hut ab, echt jetzt? Ja, ich gebe mich schon Schäme, weißt du. Da hilft Schäme. Ach, ich habe Eifel schon. Angst, dass die Dorfbewohner jetzt unser Dorf angreifen. Oh, ein Zombie. Walking Dead. Die Dorfbewohner sind zurückgekehrt, indem ich sie getötet habe. Ich hätte jetzt Gehirn zerschlagen sollen, verdammt. Ja, ne? Aha, legt sich da jetzt ein Skelett mit einem Huhn an? Ah, du willst es mit einem Piraten anlegen, ja? Was? Legt sich das Skelett mit einem Huhn an? Alter, warum kriege ich überhaupt keinen Schaden? Was bin ich jetzt überhaupt für ein Vieh? Ich bin Dorfbewohner und kriege keinen Schaden. Oh ja. Ich habe von Skelett keinen Schaden bekommen, aber ich habe einen Schaden bekommen vom Skelett. Erbären sind noch gut, die haben noch richtig schnell drin. Was hat man richtig gut drin? Erdbeeren. Erdbeeren hat man gut drin. Ja. Ach so, schnell. Schnell. Erdkoppikorfer hin. Aber dafür werden es auch nicht so viel, ne? Ja. Ja. Ja, gut. Was ist das halt? War schön mit euch? Kann er mich angreifen? Gerhard, ich glaube, du wirst sterben. Ich nehme kaum Schaden. Ich nehme kaum Kaden. Lola, die laufen mir alle nach. Was? Wie? Ich laufe mir alle nach. Ach, ne Spinne, ne Süße. Hä? Lass mich rollen. Ey, alter Enderman. Enderman. Stirb. Hallo. Ach. Willst du echt Prügel haben? Wo bist du, Penner? Bist du wieder voll leise, Pirat? Ich bin überhaupt nicht leise. Doch, jetzt wurdest du gerade leise. Ja, doch, jetzt bist du gerade richtig leise. Immer noch? Bisschen. Bin ich immer noch leise? Ja, jetzt ist es okay. Ja, jetzt kannst du lauter schreien. So, bin ich jetzt leise? Jetzt bist du ja richtig leise. Willst du mich verarschen? Nein. Tut mal Papa, ein Böck gemacht. Niklas, ich habe ein Geschenk für dich. Da. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Okay, danke. Ja. Richtig Angst, dass diese Dorfbewohner jetzt so umsah, doof, hier kaputt, da und umsah. Mann, ich will kein Schleszombie sein. Jetzt lass mich nochmal zurück. Bist du immer noch leise? Nein, du bist jetzt okay. Okay. Bist voll okay. Leute, hier ist ein Dorfbewohner. Aber das ist Tryzone. Oh Mann. Niklas fällt jedes Mal drauf ein. Jedes Mal. Ja, was soll man sich denken? Ja, genau das. Der hat dich gerade total verarscht, Mann. Oh. Deswegen hat er es doch gesagt. Du freggle. Das kennst du aber nicht. Ach, Niklas. Komm mal in unser Alter. Dann leben wir uns in 10 Jahren wieder. Also nicht in Mainz. Da sehen wir uns nicht wieder, wenn ich in der Ode bin in meinem Alter. Hikaden. Hi. Du musst dir vorstellen, Niklas denkt nach, also du hörst als Tryzone nach, als wirklich ein Creeper. Oh, das wäre nicht so geschickt. Und nicht so nix. Mann ey, Freunde. Jetzt seid doch mal ein bisschen so, wie Leute sind halt. Alter, die Axt ist richtig geil. Ich habe eigentlich versprochen gehabt, die Leute von GOMMA HD zu grüßen. Habe ich jetzt ganz vergessen in der ersten Folge. Mach ich in der dritten. Ne, immer in der zweiten. Wir sind in der zweiten, oder? Ja. Wir sind in der zweiten, ja. Ja, wir sind in der zweiten. Hi. Keine Chance hast du noch. Gegrüßt. So, das war schnell. Na, aber... Das ist wie der Kler hat beim Sex. Das war ganz schlecht. Das ist so schlecht. Sorry, aber der musste sein. Nein, der musste nicht sein. Der musste. Nein, der musste nicht sein. Der musste sowas von sein. Ne, Kekse. Ich kann kein Waypoint setzen. Ohne, ich würde so gerne irgendwo hin. Wo kommt ihr denn her, ihr Penner? Ja, wo kommt ihr? Ich drück mal, ich drück mal einfach. Tab. Ne, ich drück mal einfach. Also, ja. Tresa, ne. Du drückst, Tab. Ich töte euch. Wenn ich rankomme, töte ich euch. Ja. Mann, lass mich doch mal, du dämliche Skelett, dich töten. Gibt's doch wohl nicht. Oh, hey. Kann man eigentlich von Skelett töten reden? Ja, dass sie sterben. Der zum Teufel hat den Begriff töten bei Skeletten eingeführt. Würde ich gerne mal wissen. Hm. Ja, nennen wir das mal dauernd. Ich, ich würde, äh, doch. Eigentlich haben wir dir doch immer nur fachmäßig in ihre Einzelteile zerlegt. Ja. Kriegen doch Knochen wieder raus. Oder? Oder? Also, wenn man ja so sagt. Das sieht so ein bisschen aus wie die Regenbogengrü... Was? Was? Ich hab Schaden genommen und hör mich an wie ein scheiß Zombie. Kann aber nicht wahr sein. So. Oh, ich hab hier den Magic Wood. Brauchen wir Magic Wood? Nein. Nein. Wahrscheinlich nicht. Das sieht geil aus. Ich brauch's grad nicht. Aber hätte sein können, dass du irgendwas mit deinen Zauberdingern da irgendwie hast. Wabababababababu. Ne, so weit fortgeschritten bin ich noch nicht. So, verzieht euch. Was kann ich denn hier rausschlafen? Das brauch ich nicht. Zwei Zeune brauch ich nicht. Mann, ich bin ein Zombie. Warum greifst du mich an? Wie viele Zombies sind denn hier im Wasser? Ist ja wirklich so ein bisschen walking hier. Wer hat jetzt... Wo kommen die denn alle her, Mann? Ist das Laichwasser für Zombies oder was? Hä, Leich. Echt jetzt? Ja. Leich ist cool. Das hatte ich früher immer. In so'n Behälter. Da kamen Kaulquappen und dann sind sie in der Sonne geschmauzt. Und dann sind sie Tropflerode verarbeitet, ne? Ja, und in Deutschland verkauft. Ja. Hab auch geschmeckt. Das waren die Dinger, die du immer nicht aus den Zehen rausgekriegt hast, weißt du? Fuck, du witch! Witch dir was! Verpiss dich! Nein, du wirst mich nicht abwerfen. Du wirst sterben. Ich muss das mit dem Weg... Fuck, sie hat mich abgeworfen. Ein Weibrein. Kack, drei Weibrein. Ich hab hier zweimal Glowstone Dust. Ach, scheiße. Wie lange nehmen wir ja nicht wieder auf? Bis morgen. Schätzungsweise. Ich bin grad in einem Wald, wo nur Hexen rumschwimmen. Ist das denn klar, oder was geht ab? Eis schirmt. Warum sind hier nur Hexen? Das ist ein Hexenwald! Was am Tags? Ich hab ein Buch gefunden. Hä? What the fuck? Ich hab ein Buch am Eis gefunden. Scheiße. Lol. Alter, die Rad. Ich bin im Hexenwald gewesen. Ich kann nicht mehr raus, da waren zu wenig. Lol, du bist grad ne Witch. Ja. Ja, du bist grad ne Witch. Lol, mit der Flasermaus kriegt man keinen Fallschaden. Ja, du kannst damit auch fliegen, ne? Lol. Nicht zuerst in den Meter. Ja. Da kann man hier wirklich mitfliegen. Ja. You don't see it. Ja, ich spiel grad einkriege, zack mit der Hexe. Oh, es sind so viele. Ich hab nen Grabstand, aber ich kann die... Wo kommen die Hexen denn näher? Ach komm, töte mich. Komm. Alter, wo bist du hier? Ist doch weit und breit keine Hexe. Lol, doch. Tot. Nein, hier ist nur so ein fliegendes Try-Zone. Ein fliegendes Try-Zone. Oh, das war ne falsche Hexe. Ja, das war ich gewesen. Das war die falsche Hexe. Dämlicher Penner. Wieso teleportierst du mich zu dir, Junge? Du hast gesagt, das ist keine Hexe. Wer ist dieser Dorfbewohner hier? Du bist auf die 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Hallo, ich bin's, Mann. Ich muss mein Dingster abbauen. Ich hab hier alle drei Hexen getötet. Echt? Ja. Ja, wie bin ich denn? Du, der Penner. 30 erst, Scheiße. Ja, wenn du erstmal vergiftet bist, ist vergiftet, oder? Die machen dich mit den Vergiftungen maximal auf ein halbes Herz runter. Ja, aber wenn die dich dann nochmal abwerfen, weil drei irgendwie Akku auf dich haben, dann mehr als ein halbes Herz. Alter, Junge, bist du wohl immer so gelaufen, bitte? Ja. Ja. Ach, schuldige Antwort. Kann ich eigentlich auch mal zu euch, oder? Dann liest du mich jetzt komplett aus. Kannst du mich bitte zu dir hin teleportieren? Ich wollte hier nicht hin, und ich kann mich ja nicht zurück teleportieren. Was? Hat das jetzt irgendwann verstanden? Ich hab nach wie vor nicht die Permissions, um das zu machen. Ach, die Permissions, die du bräuchtest? Ja. Okay, ich teleportier dich zu mir. Ja, und mich bitte auch. Ah ja, du Fruch. Ey. Freundchen. Ich stand acht Möcke von dir entfernt, da muss ich die doch brauchen. Ja, was? Denkst du, ich weiß, dass du das bist? Hier laufen die ganze Zeit irgendwelche Hexen und laufen hier rum. Ist doch geil, wie du, guck mal, wie du mit dem Schwert in der Hand aussiehst als Hexe. Ja, schön. Ich bin zurück. Oh Mann, was bist du denn für ein Weichei? Besser mal, mich porten hier. Ja, okay. Hallo, vorteilich. Wie heißen du? Was? Ja, Boss. Ja, Niklas? Wo bist du? Alles Hexen! Da unten, hä? Nein, ich will keine Hexe mehr. Ach, du bist hier bei mir. Ja, ich war da bei dir. Boah, ich bildte Fledermaus aus der Form geflogen, hab mich dann in den Flug aus Hexen verstanden. Boah, du bist eine Fledermaus? Nicht mehr. Wie gestorben. Hammer, ich werd auch gemalt, Fledermaus sein. Was ist denn das für ein Wald? Transformation! Alter, ein Eisbaumwald. Ich bin in einem Eisbaumwald. Ja, cool. Ohne Scheiß, du bist die ganze Zeit da und dir fällt dieser Wald jetzt erst auf. Und scheint. Ich bin doch aber nicht, bin ich? Ich bin nicht aus der Richtung gekommen, Mann. Das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Schnauze, hier sind Schneemänner. Lass die mal schlagen. Nein, jetzt werd ich zu einem Schneemann. In der Luft, in der Luft, ich muss runter. Und? Bist du auf den Baum gegangen jetzt? Ja, ich bin auf den Baum gegangen, das ist wirklich noch falsch angekriegt hier. In der Luft zu einem Schneemann geworden. Zu blöd, um wahr zu sein. Als ob du das nicht gerade mit der Hexen durchmachst. Das darf man die Folge hier abenden. Echt jetzt? Ja. Es ist schon soweit. Rind erhauen. Okay. Auf Wiedersehen mit euch. Ciao, bis weiter. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.